Musik Krippe aus Stein, besondere Figuren in der Bamberger Stefanskirche. Krippen ganz privat. Auf dem Krippenweg in Magdrettwitz sind Besucher erwünscht. Krippen damals und heute zu Besuch im Egerlandmuseum und Ich stehe an deiner Krippe hier, ein Ahorner Pfarrer und sein Lieblingsplatz. Grüß Gott Oberfranken, willkommen zum evangelischen Fernsehmagazin bei TVO. Ich begrüße Sie diesmal aus der Stefanskirche in Bamberg. Es geht heute in unserer Sendung um Krippen, denn die Krippe feiert ein Jubiläum. An Weihnachten vor 800 Jahren hat Franz von Assisi zusammen mit seinen Brüdern eine Weihnachtsszene mit Figuren nachgestellt. Bis heute ist es Brauch, in den Kirchen und zu Hause Krippen aufzubauen. Ein ganz besonders schönes Exemplar gibt es auch hier in der Stefanskirche zu bewundern. Diese Figuren sind aus einem ganz außergewöhnlichen Material. Meine Kollegin Michaela Johannsen war mit der Kamera beim Aufbau dabei. Die Männer sind ein eingespieltes Team. Ehrenamtliche Mesner und Pfarrer packen an. Es sieht aus wie auf einer Baustelle, ein Hubwagen mitten in der Kirche. Auch Sand und Kies stehen bereit. In St. Stefan wird die Weihnachtskrippe aufgebaut. Hier ist die scharfe Kante mit dunklem Kies und hellem Kies. Ach so, da drüben? Da, auf der Platte, die da noch hinkommt. Und die Figuren stehen schon richtig. Die Krippe ist aus Stein, ein außergewöhnliches Material. Rau und massiv und je nach Figur sehr schwer. Es ist jedes Jahr eine kleine Herausforderung, die Krippe neu aufzustellen. Der Thomas seht noch, der gehört dort noch hin, ein bisschen weit ab von der Krippe. Warum tust du den weiter weg von der Krippe? Der Thomas, der war der Zweifler, deswegen hat er ein bisschen Abstand zur Krippe vielleicht. Die Geschichte beginnt in den Nachkriegsjahren. In St. Stefan sollte eine Krippe gestaltet werden. Die Bildhauerin Vini Bechtel-Kluge war begeistert von der Idee. Sie wählte Stein als Material, denn sie wollte was Festes nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Die Steine lagen im Steinwerk als Abfall herum. Angefangen hat es mit der heiligen Familie. Immer wieder ist eine Figur dazugekommen. Die Hürden, die Engel, der Stephanus ist an der Krippe. Es sind Kinder, die augenscheinlich Behinderungen haben an der Krippe. Also das war eine wichtige Botschaft für die Künstlerin. Alle, wirklich alle dürfen an diese Krippe kommen. Franziskus predigt den Tieren, ist die letzte Szene, die die Bildhauerin für die Krippe geschaffen hat. Das war im Jahr 2000. Ich finde es auch schön, dass der heilige Franziskus hier an der Krippe Platz hat im weiteren Umfeld. Das empfinde ich von auch einer ganz tolle Skulptur, auch mit einer ganz netten Geschichte. Und so sieht man bei dem heiligen Franziskus den Dackel eines früheren Dekans und den Dackel eines früheren Pfarrers. Die Dackel haben sich nie verstanden und bei Franziskus finden sie in Stein endlich Frieden zueinander. Die Krippe zeigt somit auch Figuren, die in der Weihnachtsgeschichte nicht vorkommen, aber einen Bezug zu biblischen Geschichten herstellen sollen. Mich bewegt jedes Jahr neu, gerade beim ersten Hinsehen, unser Josef, wie er da sitzt. Ein erfahrener Mann wohl mitten im Leben, der stark da sitzt und doch sich Gedanken macht und sich überlegt, was wird das wohl werden. Da spüre ich auch Sorgen und Ängste. Und doch merkt er wahrscheinlich, da geschieht doch was Besonderes. Ein Kind ist geboren. Stein steht für Stabilität und Festigkeit. Aber die Krippe in St. Stephan zeigt keine heile Weihnachtswelt. Die Krippenfiguren zeigen die Vielfalt des täglichen Lebens und erzählen damit seit Jahrzehnten die Botschaft von Weihnachten. Dafür packen die Helfer gerne an, um die Krippe aus Stein jedes Jahr aufzubauen. Die Krippenkunst in Magdrettwitz hat eine lange Tradition und reicht zurück bis ins Jahr 1850. Den Magdrettwitzer Krippenweg gibt es noch nicht ganz so lange, aber immerhin seit 1989 öffnen die Kripperer, wie die Krippenbauer hier heißen, ihre privaten Haustüren für Besucher. Auch für unseren Redakteur Micha Götz. Die Krippen, die man in Magdrettwitz zu sehen bekommt, haben viel mehr zu bieten als normale Weihnachtskrippen, die man so zur Weihnachtszeit im Wohnzimmer aufstellt. Also nur einen Stall und darin Maria Josef, Jusis und der Krippe, allerlei Tiere und die drei Weisen aus dem Morgenland, das ist in Magdrettwitzern zu wenig. Die Rawitzer Landschaftskrippe ist um ein Vielfaches größer. Meine Krippe hat jetzt circa 15 Quadratmeter und die baue ich in der Adventszeit auf, bis zu der Lichtmess bleibt sie stehen und dann wird sie wieder weggeräumt. Albin Artmann ist ein langjähriger Magdrettwitzer Krippenbauer. Über 30 Jahre schon baut er Krippen. September gehen die Planungen los und dann drei Wochen vorher beginnt die Bauphase. Im Laufe der Jahre wurden seine Krippen immer umfangreicher. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen, weil ich habe die Krippe von meinem Großart ererbt und habe natürlich dazu gekauft. Und dann hat sich das ergeben, dass man da die Krippe aufbaut und dass die dementsprechend auch immer größer geworden ist. Aber das ist jetzt das Größte, was es jetzt da gibt von mir herinnen. Die Magdrettwitzer Landschaftskrippe ist schon etwas ganz Besonderes und selbst in Bayern einzigartig. Erstens einmal sind die Figuren aus Ton und zweitens einmal ergibt sich das aus der Fläche. Früher oder die meisten haben ja nur die Geburt, so wie es da vorne her ist und dann ein kleines bisschen Zeug dazu. Aber für uns ist ja alles wesentlich größer. Da ist eine alpenländische Krippe und es gibt sie ja auch als orientalische Krippe. Bei mir ist die alpenländische Krippe und wenn man das Wandbild anschaut, ist der Chiemsee hinten mit den Bergen drinnen. Das ist schön und dann die Häuser sind auch dementsprechend nach dem alpenländischen gebaut worden. Alles was man sieht, ist handgemacht. Von der kleinsten Figur bis zum größten Haus. Albin Artmann hat sich im Laufe der Jahre viele Techniken angelernt. Der frühere Werkzeugmacher hatte schon immer ein geschicktes Händchen. Dann nehme ich einen Gießton. Muss natürlich auch dementsprechend flüssig sein. Das sind jetzt die Hörner. Die Füße habe ich schon dran garniert und jetzt kann ich das da raus machen. Das muss ich halt dann dementsprechend noch nachgarnieren und dann verputzen. Selbst die Bemalung der Tonfiguren macht der 74-Jährige selbst. Besonders achten wir mal, dass man, wenn man feine Sachen macht, dass man ein wenig mit Bedacht dran geht, dass man da, sonst hat man gleich einen Schmarrn, zum Beispiel die Lippen oder die Augen. Wenn man Artmann und seine Krippe besucht, ist eine Stärkung natürlich inklusive. Selbstverständlich, jeder der was möchte, der bekommt auch ein Kripperlwasser und die Kinder kriegen dann wenig so Süßigkeiten. Und der Eintrag ins Gästebuch, der ist natürlich auch noch wichtig. Der Marktredwitzer Krippenweg geht in diesem Jahr bereits in seine 33. Ausgabe. Vom 26. Dezember bis zum 7. Januar können die 23 verschiedenen Krippen angeschaut werden und an manchen Stationen auch darüber hinaus. Die Bräuche rund um die Krippe sind in Magdredwitz noch sehr lebendig. Daher wurde die Magdredwitzer Krippenkultur in das bayerische und bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturguts aufgenommen. Eine Zeitreise durch den Magdredwitzer Krippenbau kann man im dortigen Egerlandmuseum unternehmen. Eine Dauerausstellung beschäftigt sich mit dem Rawitzer Krippenbau und bis zum 5. Februar sind auch noch über 2400 Krippen Tonfiguren zu sehen. Wenn man schon in Magdredwitz ist, dann muss man natürlich auch ins Egerlandmuseum. Da gibt es eine Dauerausstellung und momentan eine Sonderausstellung zum Krippenbau in Magdredwitz. Die Magdredwitzer Landschaftskrippen faszinieren nämlich schon immer durch die große Vielzahl an dargestellten Szenen und den lebensnah gestalteten Tonfiguren. Dass der Krippenbau überhaupt in Magdredwitz Fuß gefasst hat, das wundert dem Museumsleiter Volker Dietmar. Denn Magdredwitz ist seit 1560 evangelisch. Das kommt ursprünglich aus dem Jesuitenbereich. Die hatten die ersten Krippen so in Bayern aufgestellt, so Ende 16., Anfang 17. Jahrhundert und gingen in Adelskreise weiter. Letztendlich kam das dann nach 1800, nach der Säkularisation, in bürgerlicher Haushalt und hat sich dann ganz prächtig, die Krippenfiguren hatten dann auch kleineres Format, weiterentwickelt. Und so muss man das in Magdredwitz auch sehen. Der Anfang war nicht die Krippe in Magdredwitz, sondern wie im Fichtelgebirge oder auch im böhmischen Gebiet von Asch oder im Erzgebirge, der sogenannte Schäfer- oder Jägergarten. Und daraus hat sich dann im Laufe der Zeit, da kam die Christgeburt noch dazu, zu den romantischen Szenen, da hat sich dann die Landschaftskrippe in immer größeren Dimensionen in Magdredwitz entwickelt. Man weiß von über 40 Quadratmeter großen Landschaftskrippen hier im Stadtgebiet. Die Dauerausstellung im Egerland-Museum beschäftigt sich mit dem Magdredwitzer Töpferhandwerk. Und gezeigt werden originale Fundstücke aus einer Töpferwerkstatt, wie ein alter Farbkasten oder zahlreiche Figurenvorlagen. Die Töpfer, man weiß es immer heute noch nicht genau, hatten wohl eine Nische entdeckt, weil das Töpferhandwerk ging nieder im 19. Jahrhundert. Die Porzellanindustrie kam hoch, man hat seine Geschirre eben aus Porzellan gehabt, nicht mehr aus Ton. Und die Magdredwitzer Töpfer haben Krippenfiguren produziert. Magdredwitz hat ja zu Böhmen gehört, bis 1816, über 475 Jahre. All die Gegenden haben eine lange katholische Krippentradition. Und wir sagen, die Magdredwitzer Landschaftskrippe ist die evangelische Antwort auf die katholische Krippe. Also eine ähnliche Form. Die Sonderausstellung ist dem Sammler Karl Schenkel gewidmet, der 2023 im Alter von 100 Jahren verstarb. Gezeigt wird seine komplette Magdredwitzer Tonfiguren-Sammlung mit über 2400 Einzelstücken. Manche Stücke sind über 150 Jahre alt. Aber auch die Zukunft der Krippen wird im Ekerland-Museum gezeigt. Wir haben mit jemandem aus der Nachbarstadt Wunsel, mit dem Stefan Frank zusammen, eine virtuelle Krippe geschaffen. Eine virtuelle Magdredwitzer Landschaftskrippe. Und damit konnte ich Jesus, Maria und Josef mal live auf Augenhöhe begegnen. Virtuell natürlich. Und wer kreativ sein möchte, der kann sich unter Anleitung auch seine eigene Krippenwelt selbst gestalten. Das Beste ist, dass man dank der mobilen Anlage sowohl im Ekerland-Museum als auch in Schulen oder Veranstaltungen in die virtuelle Magdredwitzer Landschaftskrippenwelt eintauchen kann. Zum Schluss wollen wir Ihnen noch eine Krippe im Landkreis Coburg vorstellen. Wenn Pfarrer Rolf Gorni in der alten Schlosskirche in Ahorn in die Jahrtausende alte Weihnachtsgeschichte eintaucht, dann wird die Krippe aus Stein und Sandstein zu seinem Lieblingsplatz. Mein Name ist Rolf Gorni. Ich war hier in dieser Kirchengemeinde in Ahorn bei Coburg, 28 Jahre Pfarrer. Ich bin seit einem halben Jahr im Ruhestand und bin nach wie vor gerne an diesem Ort und insbesondere jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit. Ich finde Kirchen gerade in der Weihnachtszeit besondere Orte, die einladen, ein bisschen rauszukommen aus dem Alltag, um sich mal vielleicht wieder in ein staunendes Kind zu verwandeln. Und gerade in Zeiten, wo Kriege, Terror und sehr viel Verunsicherung Menschen erfüllt, auch mich, weil ich da plötzlich einen Perspektivwechsel angeboten bekomme. Ich denke, je konkreter Figuren und Figurengruppen und auch das ganze Szenario gestaltet wird, desto mehr ist der Betrachter und die Betrachterin festgelegt. Wir wollten eigentlich Räume öffnen, die einladen, dass der oder die, die diese Krippe betrachten, möglichst viel Freiraum hat für eigene Gedanken und Assoziationen. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn man es mit den Augen von Ochs und Esel betrachtet, ist das, was im Stall von Bethlehem passiert ist, eher eine schlechte Geburt. Wenn ich es aber sozusagen mit meinem geistlichen Auge betrachte, was da geschehen ist, dann tut sich mir plötzlich der Himmel auf. Dann sind Engel, die die Friedensbotschaft verkündigen. Und da wird dieses Geschehen in ärmlichen Verhältnissen plötzlich etwas, was mich betrifft, ja, was mich Gott näher bringt. Ich denke, es ist immer wieder ein Zeichen der Hoffnung, dass Menschen, die dieses, ja, vielleicht Elend auf dieser Erde erleben, die in Armut geboren werden, in Armut leben müssen, merken, wir sind nicht allein. Ich glaube gerade, dass eine Krippendarstellung spürbar macht, was das Evangelium bedeutet, dass Gott in diese Welt gekommen ist und einer von uns geworden ist. Das war Grüß Gott Oberfranken für heute. Die ganze Sendung finden Sie wie immer auf TVO.de und auf dem YouTube-Kanal des Sonntagsplatzes. Die nächste Sendung gibt es am 24. Januar. Bis dahin eine gesegnete Zeit.